Bis man an einem Punkt durch ist. Aber jetzt muss es langsam Ende sein. Da vorne ist das Gebietsweckl. Oh, ich dachte hier wäre ein Gebietswechsel. Ich hoffe mal da oben geht es dann in ein anderes Gebiet. Aber es ist cool, jetzt schaffst du meinen PC auf einmal wieder eine, schon eine, äh, 75 Minuten aufzunehmen. Außerdem habe ich gleich noch was vor. Deswegen ist es jetzt blöd, wenn ich hier noch ewig spiele. Wenn dann nicht so viele Gegner immer wären. Was war denn das jetzt? Wir hatten da einen Goal ja drauf gehetzt. Der erledigt hier mal direkt ganze Basis. Bisschen Schaden machen direkt. Jetzt kommt er. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen... Ich werde dir die Augen aus den Höhlen... Ich werde dir die Augen aus den Höhlen... Ich werde das kennengelernt. Ich werde dich extra langsam... Du Sau! Ich kann sein! Du Bastard! Geht doch. Ähm... Liegt hier irgendwo was? Boah. Ich glaube, jetzt sind schon 5 Sekunden keine Gehörungen gekommen. Das ist ein Rekord. Muss darauf. Sehr sympathisch, wenn hier Geschütze auf mich schießen. Meins? Jetzt hilfe ich euch schon. Wie die noch dabei lachen. Die haben Spaß an der Arbeit. Danke. So, jetzt habe ich einen Skillpunkt. So sieht das schon anders aus. Genau. Die Fähigkeit ist nicht mehr verdammt wichtig geworden. Kommen Gegner. Was ein Badass. Ach, Marauder. Oder Marauder. Das war ein Hard-of-Badass. Das ist der Hammer. Kann man dich organisieren für die Geburtstagsparty? Zu mehr bist du nichts nützlich. So, zweites Geschütz ausgerichtet. Haltet. Immer schön in den Rücken schießen. Einfach nur den Helm in Ruhe lassen. Oh. Gott sei Dank. Diese hässlichen Kerle. Finde Copter Hangar. Copters. Copter Hangars. Reichspitze des Inferno-Taus. Begibt es zu. End. Andritt Nexus. Wo schießt denn der? Da hinten ist ein Schock-Nomade. Räum du mal bitte auf. Danke. Ich schaue hier zu. Deal. So. Du Freundchen. Du willst was von mir, oder? Habe ich gehört. Hat man mir gesagt. Ach, da kämpft jetzt Goliath gegen Goliath. Keine Sorge, Goliath. Ich helfe dir. Ich glaube, der Goliath ohne Kopfverlust. Haha, die sind beide fast tot. Ah, perfekt. Cool, den einen hat er sogar erledigt. Warte mal, jetzt kann ich mal einen Raketenwerfer einsetzen. Oder? Ja. So, macht mal Helikopter fertig. Haben die Ziele auch? Glaube ja. Jetzt habe ich mal eine starke Waffe. Für alle Fälle. So, erst mal wieder aufrüsten. Ja, Geld. Das sind wieder einige Tode. Nur zumindest einer. Boah, ich habe 15.000. Das beleuchte ich ja noch nie. Es gibt nichts, was Mortar mehr lebt, als einen Kopter-Boombringer. Wenn du ihn zerstörst, wird er so angepisst sein, dass er den Aufzug nach unten nehmen wird, um sich an dir zu rächen. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon Angst, da gibt die mehr Freiwillige oder so. Da kommt was. Da kam was. Vergangenheitsform. Du nicht, Freundchen. Jetzt komm her. Rückzug. Jetzt würde ich schon sagen, Rückzug in den Bunker, aber irgendwie, wie ich in dem Spiel das Wort Bunker nicht mehr verwenden. Das war jetzt schlecht. Leben, Stops, Orbs. Das ist fantastisch. Boah. Nein! so ach alter so Also, das war ein Geraden-Mod. Wenn ich jetzt hier ein paar Raketen abgreifen könnte, wäre das fabelhaft. Toll. Ganz toll. Wo ist der Helikopter? Ja, das ist mein Ende. Wieder einmal. Ja, dafür habe ich 16.000 Gold. Oder mehr und ich kann einfach nichts rechnen. Oder zählen. Oder Zahlen lesen. So, ja. Hyperion empfiehlt, dem Ding, das sie getötet hat, Rache zu schwören. Außer es ist nur ein unbelebtes Objekt, wie etwa eine Klippe. Ja, nein. Das werden ein paar Raketen wirklich praktisch. Boah, das letzte Mal hat es noch so hilfreif, wenn man die in den Facelock versetzt. Und jetzt komplett sinnlos. Und der Helikopter. Du bist unter anderem schuld, dass ich gestorben bin. So. Der ist erledigt. Jetzt wieder einer nach dem anderen. Von A bis Z. Von klein nach groß. Fünf Granaten habe ich eigentlich. Drei. So, ein Moment bitte. Ihr Antrag wird bearbeitet. Antrag wurde abgeschlossen. Tod eingetreten. Ja, musst du nachladen. Du bist doch ein armer Kerl, ha? Ich muss sowas nicht. Hat keiner gesehen. Ah, Geld. Ja, das brauche ich. Ich habe gerade wieder bewiesen, dass ich Geld brauche. Wo geht es denn rauf? Vorne. Ach, das sind Kande auch von hier vorne, weil ich herunter musste. Klingt logisch. So, und wenn hier jetzt nicht bald ein neues Gebiet kommt. Ich glaube, ich werde es jetzt hier einfach lassen. Außer. Und wenn du Bumbringer sprengst, sieh nicht in die Explosion. Geh einfach weg. Du wirst aussehen wie ein Badmatch. Schnell. Boah, danke. Was muss er jetzt sprengen? In Deckung. Wo ist denn der Lift? Der ist wieder am anderen Arsch der Welt, oder? Ich habe mir zu viele Raketen dabei. Nein. Bitte lasst das ein Gebietswechsel sein, bitte. Das habe ich nicht verdient. Ich war ein guter Mensch. Ich habe es nicht verdient, irgendwo runterzufallen. So. Wo muss ich hin? Da entlang? Ach ja. Wo muss ich denn hin? Wie weit ist denn das? Direkt da vorne. Aber das muss ein Gebietswechsel sein. Bitte jetzt keine neuen Gegner hier. Alter. Ich renne jetzt einfach durch. Ist mir egal. Ich will jetzt nicht mehr. Ach, der Lift ist das. Was? Uah! Hammer. Wirkt bis jetzt noch nicht so stark. Alter. Mal eine Schotflinte. Der Goliath schlägt den Boss zusammen. Ja, super. Nein, bleib hier. Goliath. Danke. Jetzt zu dir, Freundchen. So. Munition. Und ab in den Lift. Wenn das jetzt ein neues Gebiet wäre, wäre ich dem sehr verbunden. Was es aber wahrscheinlich nicht ist. Ach. 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 Ich werde an der Stelle jetzt trotzdem beenden. Weil ich jetzt noch was vorhabe. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.